Seid ihr beide miteinander verwandt? Du bist doch auch elf Jahre alt. Ja. Ich bin du und du bist ich. Werden das keiner was merkt? Bestimmt nicht. Warum haben sie uns halbiert? Können Sie sich vorstellen, dass Lotte nicht Lotte ist, sondern ein anderes Kind? Ich habe mich entschlossen wieder zu heiraten. Nein. Jedoch. Na, schöne Eltern haben wir! Ja. 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 Ja.